Robert Kiyosaki. Silber macht dich zum Millionär. Ich sammle Gold und Silber. Gold und Silber ist seit Beginn der Menschheit das Geld Gottes. Selbst als ich Bitcoin mit in mein Portfolio genommen hatte, habe ich immer noch Gold und Silber gekauft. Ich habe mir erst neulich etwas Gold gekauft, weil dieser Typ ein paar Zehnunzen Riegel anbot. Die sind nicht schwer zu bekommen und es wird auch immer schwieriger, ein ganzes Kilo Gold zu ergattern. Ich konnte neulich nicht einmal Silber kaufen. Was sagt uns das? Die Vorräte gehen zur Neige.